So, das ist der VIP-Raum für die Voice Actors und die, ja, die Translation, also die Übersetzungen. Du kannst von jedem Projekten, von den anderen Projekten, die von jedem hören und Gedanken, als sie ja dieses Spiel angesprochen haben. Dann gehen wir da rein. Oh, das ist ja nett. Guten Morgen, guten Nachmittag oder guten Abend, abhängig davon, wann du das spielst. Mein Name ist Winter Johnson und ich bin die Stimme von Richard Grundler. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du durch diese Geschichte von, ja, Tiefe, Angst und dem Gefühl von Verlorenheit gegangen bist. Ich hoffe, die emotionalen Narbenbunden werden, ja, werden das erhalten. Ich weiß gar nicht, da steht es wieder nicht ganz drin. An diesem Spiel zu arbeiten war eine sehr lustige Erfahrung für mich. Und mit der Entwicklerin zu arbeiten war ja eine, ähm, eine Freude. Sie war sehr, ähm, ja, ermutigend und, äh, reasonable, ähm, sehr, ähm, angemessen und hat auch keine Angst zu erwähnen, wenn etwas nochmal neu erarbeitet werden muss. Ähm, zu sehen, wie diese Story gewachsen ist und zu sehen, wie diese Charaktere, ähm, ähm, die sich entscheiden und sich verändern und kämpfen und sterben war sehr, äh, ja, faszinierend zu beobachten. Als ein, äh, Schauspieler bin ich so glücklich, ähm, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, diese Story, ja, zu helfen, diese Story zum Leben zu bringen. Ich hoffe, du hast es, äh, ja, genossen, das Spiel zu spielen, so sehr, wie ich quasi, äh, ähm, es genossen habe, dafür zu Schauspielern. Winter hat eigentlich, äh, auch den Doktor, ähm, ja, äh, synchronisiert. Mhm. Ja, natürlich hat, ich hab das voll genossen. Hi, ich bin Chocolate. Ich mache die Stimme von Sophie. Hi, ich bin Chocolate. Ich mache die Stimme von Sophie. Ich bin wirklich froh, dass ich in diesem Spiel sein konnte. Äh, vor allem, dass ich, ähm, ja, Sophie sprechen durfte. Ich, ähm, habe mich wirklich mit ihr verbunden gefühlt in der Story des Sandman. Also ist es wirklich, äh, ja, großartig, dass ich nun ihre Stimme sprechen kann, weißt du? Ich arbeite ebenfalls in einem Spiel, auch wenn es noch ein langer Weg ist, bevor es dann fertiggestellt ist. Es wird Dollhouse heißen und es wird ebenfalls ein Puzzle, äh, erkundungsartiges Spiel sein. Gibt es das nicht sogar schon? Dollhouse? Ich weiß gar nicht. Chocolate hat auch die Stimme von Sophie, ähm, dem Gebet für Sandman gesprochen. Okay. Wobei ich sagen muss, ich fand sie echt ein Ticken zu jung. Aber gut. Hallo, ich bin Manly Badass Hero, die Stimme von Dick Anderson. Hallo, ich bin Manly Badass Hero, die Stimme von Dick Anderson. Ich bin Fan der Stranger-Mans-Serie, also wenn ich sah, dass es Auditionen waren, ich habe eine Art von Improver und Generalregeln gesehen. Und nicht nur war ich akzeptiert, aber auch war ich, dass Uri ein Fan meiner Spielsgaben, was, um zu sagen, machte mich ein bisschen schuldig. Ähm, okay, ich war schon immer ein großer Fan von der Strange-Man-Reihe. Und wenn ich, und als ich gesehen habe, dass es, ja, so quasi Castings gab, habe ich mir einfach mal eine Improvisation und so ein paar Aufnahmen geschickt. Und es war nicht nur, dass ich akzeptiert war, ich fand ebenfalls heraus, dass Uri ein Fan von meinen, ja, Playthroughs von ihrem Spiel war, was, äh, jetzt grundlos zu sagen ist, mich sehr, ähm, äh, ja, schwindelig, äh, taumelig gemacht hat, als er das gesagt hat, kann ich mir vorstellen. Und der Entwickler von dem Spiel sagt, ach, das gefällt mir, was du machst. Ähm, persönlich habe ich diese Spiele nicht nur gemocht, weil sie, ja, sehr große Ähnlichkeiten zu den Dingen wie Silent Hill haben, aber auch, weil sie so, ja, ähm, verwandt sind zu Leuten mit Depressionen. Ähm, egal ob du, ähm, nun ein Erwachsener oder eine junge Person bist, ich denke, dunkle Zeiten, ähm, in deinem Leben können deine Perspektive verändern, deine Perspektive auf die Welt und sammeln, und manchmal machte ich das zu einem krummen Mann. Ich bin froh, dass du in diesem Projekt arbeiten kannst. Und bis zum nächsten Mal, danke, dass du es spielen möchtest. Wie auch immer, ich war sehr froh, äh, diese, ja, dieser Arbeit zu helfen, oder zu helfen, dieses Projekt aufzubauen. Hups. Und, äh, bis zum nächsten Mal, danke für's Spielen. Okay, da hat nichts anders mehr gesprochen. Hey, dort, äh, das ist Sion Row und ich habe Eric synchronisiert. Ich hoffe, du hast das Spiel genossen und, was für ein großartiges Spiel es war, richtig? Danke an alle, die daran gearbeitet haben. Vor allen Dingen Uri. Das war mein erster Versuch als Voice, ja, Actor. Also, ich hoffe, dir hat es gefallen. Es war eine so großartige Erfahrung für mich. Ich bin ein Freelance-Artist. Wenn du interessiert, mein Werk zu sehen, dann besitze mein Website. Okay, mal weiterzumachen. Ich bin ein, ja, ein, ein, ein freiarbeitender Künstler. Wenn du interessiert bist, meine Arbeit zu sehen, dann besuche einfach meine Website. Es war wirklich, äh, eine total aufregende Sache, das, ja, das zu tun. Ähm, und ich hoffe, das war's für dich auch. Pass auf dich auf, Player. Bis zum nächsten Mal. Okay, die rede ich zuletzt an. Ich mag diesen Sprecher auch sehr gerne. Äh, hallo alle. Ich bin Ro, die Stimme von David Hoover. Zuerst danke, dass ihr, ja, The Boogie Man gespielt habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, das zu spielen, wie ich, äh, ja, das Ganze zu vertonen. Danke dir, Uri, dass du dieses Spiel gemacht hast. Und danke dir, VG Persons, dass du es, äh, übersetzt hast. Und Uri geholfen hast, ein 2D japanisches Indie-Horror-Spiel für englischsprachige Spieler, äh, ja, spielbar gemacht hast. Okay, also ich kam anfänglich, äh, äh, auf Uri, zu Uri spielen, auf VG Persons Website. Das erste, das ich gespielt habe, war The Crooked Man. In meinem ersten Playthrough, äh, hab ich alle von Davids, äh, ja, Zeilen quasi gesprochen, für mich selbst, und es hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, ich mochte Davids, äh, ja, jeder Mann Charakter. Er war jemand, mit dem sich jeder quasi vergleichen konnte, wegen den Dingen, die er getan hat und gesehen hat. Er war auch sehr, äh, freundlich und hat es geliebt, anderen zu helfen, wahrscheinlich. Okay, ähm, er ist, äh, diese Art von, äh, ja, äh, sanft gesprochenem Protagonisten, die jeder, äh, liebt oder liebt zu hassen, was du sehr oft in Animes und Mangas siehst. Ähm, 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 ja, ähm, trotz, ähm, trotz, dass ich ein Fan von, ein großer Fan von, von Anime und Manga bin, fand ich es sehr hart, diese Art von Charakter mit meiner Stimme einzufangen. Als ich mich dafür beworben habe, für diese Rolle, äh, für eine Rolle im Boogeyman, hatte ich keine Ahnung, dass es ein Spiel werden würde, dass die anderen, also dass alle Charaktere so zusammenbinden würde, Ur, so die von, von Uris vorherigen Spielen. Also als, wenn, als ich gelernt habe, oder festgestellt habe, dass ich die Stimme von meinem Lieblingscharakter sein würde, ja, weil ich ja begeistert, nun bin ich David Hoover. Ich habe einen sehr, sehr alten YouTube-Channel, ähm, wo ich niemals was hochgeladen habe, aber ich werde nun damit beginnen, etwas hochzuladen, von diesen Voice-Acting-Clips spielen und was auch immer mir gerade in den Sinn kommt. Das ist R-O-U-K-U-R-O. Und, ja, ich weiß, ich habe diesen besonderen Namen falsch geschrieben. Es wird nicht viel für heute, aber ich werde noch aufladen, als es Zeit lang passen und hoffentlich es will, dass die Leute gefallen. Okay, ähm, es ist, äh, ja, YouTube.com, Rokuro, das ist Rokuro, also er hat es noch nur buchstabiert. Und ja, ich weiß, ich habe diesen, ähm, besonderen Namen falsch ausgesprochen, oder buchstabiert. Ich, ähm, werde jetzt nicht mehr viel... Ich habe jetzt, äh, das ist jetzt nicht gerade viel, aber ich werde mehr uploaden, wenn die Zeit vergeht und hoffentlich Leute, und hoffentlich werden es Leute mögen. Oh, und wenn du möchtest, dass ich vielleicht ein Voice-Acting für ein Game von dir mache oder sowas, dann, ja, send mir doch einfach Nachricht auf diesen Channel. Okay, also man kann, quasi, wenn ihr jetzt ein Spiel machen wollt, dann könnt ihr den guten Herren anschreiben. Hallo, this is Adoxo-Graphist and I am the Voice-Actress for Shirley, who is a cool chick who's tough and dependable and I'm not like that at all because I'm a big weenie baby and I get scared really easily, so... Okay, hallo, hier ist Adoxo-Graphist und ich bin die, ja, die Voice-Schauspielerin für Shirley. Wer ist eine coole, ja, Frau, sag ich jetzt mal, die tough ist und, auf die man sich verlassen kann und ich bin nicht wirklich so, weil ich, nun ja, ich bin ein großes Weinbaby quasi, Heususse und ich bekomme sehr, sehr schnell Angst. Also, das ist, wo ich nun bin. Wie auch immer, es war eine Menge Arbeit, diese Voice-Over quasi für dieses Projekt zu machen. Ich bin sehr traurig, dass ich nicht mehr aufzunehmen habe, aber ich bin auch glücklich, zu sehen, wie es alles zusammenkommt. Wirklich wundervoll. Voltron-artig. Ich weiß nicht, was Voltron ist in Japan. Egal, ja, nicht, worum man sich kümmern muss. Es ist Beast King Go Lion. Okay, ich weiß gar nicht, was das beides ist. Autor, Notiz. Also, nun ein bisschen von mir. Ich bin Doxographist, ich bin von Kanada, ich spreche Englisch und Französisch, aber ich mache jetzt nicht wirklich, ja, Voice-Acting in Französisch, obwohl... ich bin bilingue, äh, Französisch-Anglais, aber mein Englisch ist superior als mein Französisch, melleur, äh, kann ich sagen. Okay, ähm, hier ist mein Französisch. Ich bin bilingual, Französisch und Englisch, aber mein Englisch ist dem mein Französisch weit überlegener, ähm, besser. Ich schätze mal, das kann so sagen. Ähm, ich habe Voice-Acting für vielleicht etwa drei oder vier Jahre um diesem Ballpark und, ähm, mostly ich, ähm, Voice-Deeper, Frauen, tough, tough Chicks. Ugh! Ähm, I voice-A-Lotter-Young-Boys, I've voice-A-Lotter-Ton-Boy-Girls, that kind of stuff. Okay, ich, ähm, ja, ähm, habe eine Menge, ähm, ja, äh, Voice-Over, ähm, quasi für, äh, drei, vier Jahre gemacht, ähm, das Ballpark, Ballpark, okay, meistens war ich, äh, habe ich jetzt eine, tiefere Frauen synchronisiert, harte, harte Weiber, äh, ich habe auch oft, äh, junge Kerle synchronisiert und, äh, einige, ähm, ja, ähm, wild, lebhafte Mädels, so eine Art halt. Das Hauptprojekt, das ich tue, ist, äh, Let's Read Homestuck, äh, auf YouTube, was, ja, so ein Comic-Dub, äh, von einem Webcomic, das Homestuck heißt. Ähm, wenn das jetzt irgendjemand kennt, ich, äh, synchronisiere Jade Harley. Sie ist gut, äh, Jade Harley, welche eine, ja, äh, Mädchen mit einer hohen Stimme ist, und, es ist in der Art anders, als meine reguläre Stimme, aber, was auch immer. ... ... ... ... ... if you want to look it up, and, yeah, I don't know if I have much to add, I've done voice work for a couple of games, ähm, but mostly what I do is I do motion comics and I do comic-dubs. Okay, ich, äh, mache eine, äh, große Menge von, so, Comic-Dubs, äh, mit, äh, in der Gruppe, die, oder die Homestuck, wo ist es ja, Let's Read Homestuck, sie heißt Colab HQ, ähm, wenn du mal nachgucken willst, und, echt, Entschuldigung, ich weiß, ich, ich weiß, dass ich ziemlich viel zu erzählen habe, ich habe jetzt schon Voice-Over für, ein paar Spiele gemacht, aber das meiste, was ich tue, ist halt so Comics und so, ja, Comic-Dubs. Okay, ähm, wie auch immer, ich hoffe, ihr habt, äh, es genossen, dieses Spiel zu spielen, ich hoffe, ihr hattet Angst, ihr hattet Gänsehaut, hattet eure, ähm, ja, Gänsehaut, ähm, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, was Jimmy heißt, äh, ja, zerrüttelt, beängstigt, du, du weißt schon, äh, äh, Ausdrücke, meinen, du, hattest Angst. äh, sorry, das ist, äh, ich bin nicht, 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 über mich selbst, aber, ja, ich hoffe, ihr hattet es, Genossen, äh, wow, du hattest sehr viel geredet, du, und ich hab die Ahnung, dass die anderen jetzt auch noch so viel reden werden, deswegen mach ich jetzt einen Cut, und schneid es dann irgendwie zusammen, weil ich brauch jetzt grad echt mal eine Pause, weil mir ist draußen mittlerweile schon wieder dunkel, und muss mal was trinken, und muss mal aufstehen, ich krieg auch langsam Hunger, Lisa, ich mach jetzt einen Cut, und mach da später noch weiter, schneid es alles zusammen, und, ähm, ja, wir spielen dann nachher weiter, oder ich spiel dann später auch weiter, und dann gucken wir uns das dann später natürlich noch an, und ich schneid es alles irgendwie zusammen, bis dann! So, da bin ich auch schon wieder, jetzt nach einer kleinen, was heißt kleinen Pause, ich habe zwei Tage Pause gemacht, weil, wie gesagt, es war mir letztens wirklich zu, zu viel dann gewesen, weil ich hab da dann noch die ganzen Enden an einem Stück quasi aufgenommen, diesen ganzen, Durchlauf, wo wir quasi das gute Ende erreicht haben, und, naja, da war ich dann, es war schon ganz spät am Abend, da war ich dann echt, ein bisschen lädiert, und hungrig auch schon, deswegen, war dann meine Übersetzungskünste nicht mehr die besten, und, auch meine Motivation war so, äh, aber jetzt bin ich wieder frisch, und munter, und, machen wir quasi diesen Bonusraum jetzt hier zu Ende, ich schneide das ja dann auch alles zusammen, ihr kriegt das also gar nicht mit, diese Pause, außer einen kleinen Cut, wenn ich es gut mache, das ist die Sache, und, ja, dann reden wir jetzt hier weiter, wir haben jetzt quasi schon mit Shirley, und David, und den beiden Polizisten gesprochen, und Sophie und, ihrem Vater, und jetzt reden wir hier mit, Hallo alle, hier ist Jesse, aka Stevie, und danke dafür, dass du The Boogeyman gespielt hast, ich hatte eine fantastische Zeit, als ich an diesem Projekt gearbeitet habe, und hoffe, ihr alle habt es genauso, äh, genossen, wie ich es ebenfalls getan habe. Ähm, jetzt war ich ganz kurz abgelenkt, es gibt es ja gar nicht, dass ich hier mich ablenken lasse, okay, ähm, als eine, ja, letzte Notiz, ähm, möchte ich quasi, ähm, wie übersetzt man das jetzt am besten, ja, eine Empfehlung geben, euch, ja, auf die zukünftigen Titel von Electric Pop Studios zu freuen, eine, ja, Game Designer Gruppe, von der, ja, der ich angehöre. Wir sind jetzt gerade noch in der Anfangsphase, also haben wir noch nicht, äh, jetzt veröffentlicht bisher, aber hoffentlich, ja, werden wir damit dann auch bald starten. Okay. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt, zuzuhören, wie ich sterbe, und, ja, ja, schönen Tag noch. Okay, ähm, übrigens, als Entschuldigung, ähm, muss ich mich jetzt mal ganz kurz einklinken, ich hab das, die letzte Folge natürlich schon ein bisschen rumgeschnitten, und so mir das nochmal angeguckt, und mir ist aufgefallen, dass mein Mikrofon ganz schön rauscht. Ich, ähm, bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, was das ist, also, es ist jetzt nicht extrem schlimm, aber es ist halt da, und, naja, ich hoffe, das stört jetzt niemanden nicht, werde mir das nochmal angucken, ob das jetzt am Mikrofon selbst liegt, oder, ob das irgendein Softwarefehler ist, ich weiß es noch nicht. Gut, wollte ich nochmal kurz in den Raum werfen. Hallo, äh, this is Nervous from misanthropop.com, aka Lance Canal. I'm recording this with help from my new assistant, Borisht. Say hi, Borisht. Hallo, hier ist Nervous von, ja, misanthropop.com, aka Lance Canal. Ja, ich nehme hier auf, mit der Hilfe von meinem neuen Assistenten, Brodsch. Sag hi, Brodsch. Das ist ja süß. I've been a fan of both Uri and VG Persons output for a couple of years now, so it really was a pleasure and an honor to spend the last year working on the Boogeyman alongside them. I've also met a lot of interesting and lovely people from all over the world in the form of my fellow actors and actresses. Okay, ähm, ja, ich war, ähm, schon ein Fan von Uris und VG Persons Ausgaben, jetzt für ein paar Jahre, oder über ein paar Jahre hinweg, also, war es wirklich ein Vergnügen und auch eine Ehre im letzten Jahr für, ja, für The Boogeyman mit ihnen gearbeitet zu haben. Ich hab jetzt auch, ja, dabei ein paar interessante und liebevolle Leute getroffen, aus der ganzen Welt, und, ähm, ja, die halt meine, äh, Kameraden, äh, Aktoren, äh, Aktoren, ja, Aktoren, hä hä hä, ja, die anderen Tauerspiele eben, die anderen Voice Actors halt eben. Ähm, ich schätze, Lance würde sagen, was willst du von mir? Ich hab doch jetzt schon meinen Job gemacht. Gib mir ne Pause. Aber ich möchte Uri und auch VG Persons wirklich für diese großartige, ähm, Gelegenheit, oder Chance, die sie mir gegeben haben, danken. Und ich hoffe, dass wir alle irgendwann mal wieder zusammenarbeiten können. Äh, ich möchte euch ebenfalls dafür danken, dass ihr das Spiel gespielt habt, und ich hoffe, ihr habt es genauso genossen, wie ich es getan habe. Danke! Okay, also nochmal mit dem Sprecher von Lance gesprochen, den ich auch sehr, sehr gut fand. Hi, ich bin die Overlord-Bear. Du kannst mich Tob oder Tobby, oder vielleicht Tob's. Ich weiß, was willst du mich? Hi, ich bin der Overlord-Bear. Du kannst mich Tob nennen, oder Tobby, oder maybe, oder ja, vielleicht auch Tops. Ich weiß nicht, äh, nenn mich einfach so, wie du willst. Okay. Wie auch immer, ich habe Brandon Dumont hier in der, ja, in Uri-San's, äh, The Boogeyman vertont. Ich möchte Uri-San dafür danken, dass sie mich, ja, quasi hier, ähm, mitha-, mitmachen hat lassen. Ähm, ich bin ein, ich bin froh, und ein, ja, ein Teil von einer, ein, ja, ein Teil quasi davon zu sein, von diesem, ja, von der unglaublichen Uri-Sans, äh, unglaublichen Strange Man-Serie. Und ich bin auch froh, dass ich, ähm, ja, ein paar Leute getroffen habe, und freue mich, mit ein paar Leuten eben in diesem Produktionsteam anfreunden konnte. Wie schwierig war es, die, ähm, ja, Puzzle quasi in diesem Spiel herauszufinden? Und wie schwierig war es herauszufinden? Quasi die Identität hinter der Person, die sich hinter der Maske von dem Fake-Boogeyman verborgen hat? Ich möchte das gerne wissen, weil ich auch denke, dass Uri-San das genauso wissen möchte, und, ja, von, mehr von euren, euren Gedanken über das ganze Spiel, und auch noch mehr. Wo ich jetzt an dieser Stelle mal sagen muss, die Rätsel waren super, wenn man mich zu verzweifeln gebracht haben. Sehr geile Rätsel, und, äh, der Twist am Ende war ja wohl, mal echt gut, also, hm. Also, wenn er jetzt, ich möchte auch sagen, wenn ich jetzt ein Charakter in der The Boogeyman-Geschichte wäre, dann denke ich, würde Brandon wahrscheinlich eine von drei Sachen sagen. Oder drei Sachen sagen. Oh, der redet ganz schnell, du. Ähm, ja, ähm, macht mich mal zu einem Hauptcharakter, ähm, vielleicht sogar zu einem Protagonisten, weil, ja, weil ich ja so ein, so ein, so ein, für mein Heldentum, ja, quasi, ja, bekannt, äh, ja, weil ich ja so einen guten Geschmack quasi für, für mein Heldentum habe. Ja, ja, ähm, ja, Bad Monkey wahrscheinlich so, ja, so Badass quasi, ja, er möchte halt gerne so eine coole Rolle haben, quasi, die jetzt nicht einfach mal so, wie ein Plot getötet wird, und einfach wegen der Comedy gefoltert wird. als für Brandon halt eben. Ähm, und, ähm, ja, vor allen Dingen wegen meiner, ähm, äh, ja, meiner Unbeholfenheit und ja, tötet mich, weil ich ziemlich, äh, ja, lärmend war, und dann, achso, ja, er hat mich getötet, weil ich zu nervig war und dann, äh, ja, quasi zu viel über seine Pläne wusste. Vielleicht, ähm, äh, ja, ähm, ein Mix von diesen drei Auswahlmöglichkeiten. In der Tat, äh, einer von Brandons Opfern zu sein, wäre, ist ein wirklich, äh, total gruseliger Gedanke. Oh, und ich möchte, äh, eine ehrliche, konstruktive Kritik quasi für mein, ja, für meine Synchronisation haben. Und wenn ihr mehr über mich rausfinden möchtet, dann geht doch zu theoverlordbear, äh, dot wordpress.com und, oh, äh, vielleicht findet ihr ja irgendetwas Interessantes, wenn ihr auf brandonscastle at, äh, tumblr.com geht. Okay, entschuldigt mich ihr, während ich jetzt quasi, ähm, ein, schloss übernehme und renoviere von einem, ja, gewissen blonden, zwei, ja, mit, mit zwei Gesichtern. Okay. Der redet sehr viel, der Sprecher. Ja, man hat ja nicht viel von Brenton gehört, aber ich finde, er passte zu den Brenton, quasi, die Stimme. Okay. Hallo, ich bin die Stimme für, mein Lieblingssprecher in diesem Spiel, eindeutig. Der hat einen sehr guten Job gemacht. Hallo, ich bin die Stimme für, 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 Oh, sorry, wo war ich? Oh, Oh, Hi, ich bin Dave Osity, die Stimme für den Boogeyman, aber, äh, du kannst mich einfach Dave nennen. Ich muss sagen, es war mir eine Ehre, in der Lage zu sein, quasi mit Uri und all den anderen Schauspielern und Schauspielerinnen an diesem Spiel zu arbeiten. Ich war schon immer ein großer Fan von Uri's Game, ähm, also, ja, für einige Zeit war er schon ein großer Fan. Und als ich sah, dass sie ja eine, äh, ja, ein Casting gemacht hat, sag ich mal, für ein neues Projekt, ähm, dachte ich, ich könnte ja vielleicht mal versuchen, mich für eine Rolle quasi zu bewerben. Ich bin kein, ja, professioneller Synchronsprecher, ähm, meiner Meinung nach. Also, professionell, okay, da kann man sich drüber schreiten, aber er macht seinen Job echt gut und er passt halt auch zur Rolle. Er hat so eine leicht rauchige, raue Stimme und das passt sehr gut. Und er bringt die Emotionen auch sehr genial rüber. Aber ich habe ja ein paar, quasi ein paar, ein paar Synchronisationsarbeiten in meiner Vergangenheit gemacht und ich habe ein paar, ja, gruselige Geschichten gelesen. Du kannst sie auf YouTube lesen, wenn du, also sehen, wenn du interessiert bist, dann suche einfach nach meinem Namen. Wie auch immer, ich habe mich jetzt quasi beworben und dann, ja, jetzt bin ich hier in Uris Spiel. Ich habe es wirklich genossen, quasi diesen Charakter von Boogeyman zum Leben zu bringen. Uri zu helfen, ein Spiel wie dieses zu kreieren, war sehr lustig und auch sehr belohnend. Eine belohnende Erfahrung für mich. Und ich bin sehr froh, ein Part von diesem Spiel quasi gewesen sein zu können. Ich bin auch sehr froh, dass du dich dazu entschieden hast, dieses Spiel zu spielen und es soweit geschafft hast. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du hast es, ja, hat es Spaß gemacht, hast Spaß gehabt, als The Boogeyman gespielt hast. Auf jeden Fall. The Vosity war die Stimme in dem Schrank, in The Sandman und hat auch den Boogeyman in dieser Preview synchronisiert. Und wie gesagt, dieser Sprecher passt für mich 1A in diese Rolle. Das ist wow, also wirklich sehr schön und war für mich der Beste, sag ich mal. Weil er halt auch sehr viel ausgemacht hat mit seiner Stimme und seiner Atmosphäre, also Hut ab, Hut ab. So, und jetzt müssen wir natürlich hier unten noch unsere drei, ich würde mal sagen, wir sprechen zuerst mit ihm hier. Hey da, ich war tatsächlich über die Stimme und bin nicht der Stimme von Toad. Aber in der Ende ist es nicht. Hey da, ähm, ich, ähm, was? Muss ich kurz über, hä? Also, ich habe tatsächlich mal darüber nachgedacht zu sagen, dass ich nicht wirklich der Synchronisator von Toad bin, aber ja, jetzt ist es halt so. Sie oder er hat einen sehr, sehr seltsamen Akzent. Was ist denn das? Ähm, ähm, oder ist es ein Akzent, ist es auch, vielleicht ist es auch gelispelt, ich heiße es nicht. Ähm, also, äh, vielen Dank an Uri, ähm, ist also really sweet along the creation of the game. Ja, ähm, das, deren Spiel, also, vielen Dank an Uri, deren Spiel, äh, genauso großartig war, wie die ebenso an der Kreation von dem Spiel beteiligte VG-Person, ihre Majestät, die, ähm, Übersetzungskönigin und die, ähm, ja, die Synchronisatoren, die quasi geholfen haben, das alles zusammenzubringen mit ihren liebevollen Stimmen. Und, äh, wir können dich nicht vergessen, du. Gute Zeit, das gute Ende, erreicht hast. Okay, ist vielleicht noch ein bisschen jünger. Äh, oh, und jetzt nur eine Notiz, äh, wenn ich irgendwas mal später machen würde, dann wird es wahrscheinlich nicht unter demselben Namen laufen. Vielleicht irgendwas mit Neubody, vielleicht. Ich habe einen Twitter-Namen, ja, quasi einen Twitter-Account mit diesem Namen, aber noch einmal, wer weiß schon. Anyways, hm, danke, ich liebe euch. Wie auch immer, danke, ich liebe euch, oder dich. Hm, okay, ja, gut, viel musste er nicht sprechen. Er hat die Stimme von dem, oder sie, ich weiß es nicht, ähm, von dem Kind gut rübergebracht und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Ich muss sagen, sie hat auch sehr gut, sehr, sehr gut ihre Arbeit gemacht. Also sie war nach dem Boogeyman quasi quasi fast meine, ähm, mit David zusammen auch hat sie einen sehr guten Job gemacht. Also sie hat die Helena richtig gut in Szene gesetzt. Hey, da, ähm, Serenity Harper hier, die Stimme von Helena Baring. Äh, zuerst einmal, äh, möchte ich dir dafür, ja, gratulieren, dass du das Spiel quasi geschafft hast. Ich hoffe, du hattest Spaß, es zu spielen und dass du die Enten, also das Ende oder alle Enten mochtest, die du bekommen hast. Naja, ob ich jetzt die schlechten Enten mochte, haben es wenigstens erreicht, sagen wir mal so. Es hat sich ein großer Erfolg und ein Ehre, zu arbeiten, an diesem Projekt zusammen mit allen. Ich habe nie erwartet, Helenas Rolle zu bekommen, seit es ist meine erste Mal Beispiele und, zu erzählen dir die Wahrheit, meine Audition war sehr schrecklich. Okay, ähm, es war ein großes Vergnügen und eine Ehre, in diesem Projekt mit allen anderen zu arbeiten. Ich hätte niemals erwartet, äh, Helenas Rolle zu bekommen, ähm, weil es halt meine erste Mal ist, dass ich als Synchronspecherin arbeite und, um jetzt mal die Wahrheit zu zählen, äh, meine, ja, meine Bewegung war ziemlich unordentlich. Ich habe ziemlich viel zu sprechen, aber in order zu avoid Boggingdown-Players mit Minutes und Minutes und Minutes zu sprechen. Ich habe meine overallen Gedanken über das Spiel auf meinem Blog gelesen. Okay, ähm, ich habe jetzt noch eine Menge, äh, Dinge, über die ich reden möchte, aber, um jetzt, äh, quasi zu vermeiden, dass ich jetzt die Spieler, ähm, Bogging, äh, ja, quasi damit, ich sag mal, Nerven für Minuten jetzt wegen dem Sprechen halt, habe ich jetzt meine ganzen Gedanken einmal über das Spiel auf meinem Blog geschrieben. Es wird dann, ja, verfügbar sein, wenn die Leute, quasi, das erreicht hier haben, um jetzt, quasi, zu vermeiden, um Sachen, quasi zu spoilern. Für jene, die jetzt interessiert sind, das zu lesen, der Blog ist auf, ja, der Blog ist Helena Baring Tumblr.com, also wer uns interessiert, der kann sich diese gerne durchlesen. Danke so viel wieder, für die Boogieman spielen. Wenn du immer zu sprechen willst, fühlst dich, mich auf Twitter an Serene Harper geben. Ich gebe dir warm Hugs und Pats auf der Back für ein Job gut gemacht. Okay, das klingt wunderschön. Great. Okay, danke noch einmal, vielmals dafür, dass du The Boogeyman gespielt hast. Wenn du irgendwann mal sprechen möchtest, dann fühl dich frei, mich einfach auf Twitter anzuschreiben bei Serene Harper. Gib mir ein paar warme Umarmungen und Schulterklöpfer für einen gut gemachten Job. Okay, das klingt seltsam. Anyways, take care always and catch you later. Wie auch immer, passt immer auf euch auf und ja, bespricht er so quasi. Wie gesagt, sehr guter Job. Und jetzt noch unser Protagonist, dass wir das jetzt mal schnell über die Bühne bekommen. Ich muss bei ihm echt kritisieren. Seine Stimme hat zwar so ein bisschen gepasst zum Charakter, aber sein Mikrofon ist jetzt nicht das Beste. Es hört sich manchmal so ein bisschen so genuschelt an. Ja, hallo alle, mein Name ist Max. Die meisten Leute im Internet kennen mich als Blue Neon Light Show. Auf YouTube heiße ich Epsilon und ich habe jetzt quasi Keith für dieses Spiel synchronisiert. Ja, ich weiß, eine Menge Namen. Ja, das war jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich mich an Synchronisation versucht habe. also ja, tut mir leid, wenn es nicht ganz so gut gegangen ist für diesen Job quasi, wie es eigentlich hätte sein sollen. Es war wirklich eine große Ehre, das für Uri zu tun. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, diesen Part zu bekommen. Ja, wie gesagt, das mit dem Mikrofon und manchmal klang er so ein bisschen so, aber bei der Rolle passt es dann auch wieder. Also, zu Keith passt der Sprecher sehr gut, muss ich sagen. Also, auch gut gemacht. Ein paar Freunde auf Skype haben gesagt, die würden jetzt quasi einen, ja, versuchen, sich für The Boogeyman zu bewerben und ich dachte, es würde ja lustig sein, das auch mal zu versuchen. Hat sich herausgestellt, dass Uri meine Stimme mochte. Also, könnt ihr euch ja vorstellen, wie ich überrascht war, als ich jetzt diese Rolle bekommen habe. Ich mochte es wirklich sehr, die Rolle als Keith zu sprechen. Ich mochte immer diese, ja, kaltherzigen Charaktere, die auf der Seite der Gerechtigkeit arbeiten und gewillt sind. irgendwas zu tun, um den Tag zu retten. So eine Art Jack Bauer oder ich hätte Batman? Ja, Batman ist super. Wie auch immer, bitte versucht auch die anderen Spiele, wenn du jetzt quasi diese Chance dazu hast. Es gibt Sandman, The Crooked Man, ich meine, ja, geht mal und versucht sie, versucht sie einfach, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, was wir natürlich gemacht haben. Danke, dass du das Spiel gespielt hast, mich am Leben gelassen hast und noch viel wichtiger, danke, dass du meine Frau gerettet hast. Ich bin mir sicher, Serene wird auch glücklich sein, dass du Helena gerettet hast. Äh, außer natürlich, ihr hattet die anderen vier Enden zuerst. Ja, was ja auch, glaube ich, eigentlich, ich glaube auch, es ist so gewollt, dass man diese anderen Enden zuerst hat, weil, um jetzt quasi das gute Ende zu erreichen, muss man echt viele Kriterien erfüllen und viel rumprobieren. Ähm, ja, dann, wie auch immer, ähm, ja, fühlt euch frei, quasi mit irgendjemandem von uns zu sprechen. Wir alle haben Skype. Meiner ist neonlshow. Ich sollte wahrscheinlich stoppen jetzt. Äh, Glückwunsch und gute Nacht. Ich sollte nun wirklich aufhören zu sprechen. Ähm, nochmal herzlichen Glückwunsch und gute Nacht. So. Ha, 25 Minuten schon wieder. Gott, 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 Leute. Ja, das heißt, jetzt sind wir endgültig am Ende. Jetzt haben wir alles Bonusmaterial durch. Wir haben die Charakterprofile durchgelesen. Wir haben diese Bonusszene gespielt. Wir haben jetzt mit allen Sprechern geredet. Die hatten natürlich viel zu sagen. Ich werde das auch in den Titel reinschreiben oder, dass es quasi nochmal so eine Bonusfolge ist. Wen es halt nicht interessiert, der guckt halt nicht weiter. Das Spiel war ja als Offizier zu Ende. Ich fand es sehr interessant, das nochmal zu hören, weil es ist ja auch was, es muss ja auch für die Entwicklerin, für Uri, was komplett, es war ein komplett anderes Projekt als die anderen Spiele, die sie davor gemacht hat, weil mit der Vertonung ist es natürlich nochmal was anderes und es wirkt auch anders. Mir hat dieses Spiel, um jetzt nochmal mein Fazit zu ziehen, mir hat dieses Spiel sehr gut gefallen. Es war unglaublich actionlastig, kann ich jetzt nicht sagen, auf seine Art und Weise. Ich hatte selten Spiele, wo ich so gefordert wurde, sage ich mal. also klar kann man jetzt sagen, ich spiele schon viel Rätselspiel und so, aber die Rätsel hier, die waren teilweise echt knifflig und auch sehr gut gemacht, also in keiner Art und Weise unlogisch oder irgendwie, dass ich sagen musste, dass sie total blöd sind oder so. Man hätte auch diese Sachen, die man jetzt quasi die Kriterien für das gute Ende, da hätte man klar von selbst drauf kommen müssen, aber gut, beim Let's Play, da macht man ja dann auch nicht so, da hat man ja dann auch nicht die Zeit, ewig rumzustehen und so. und ich denke mal, es ist sowieso das Beste, wenn man das gute Ende dann zum Schluss bekommt, damit man dann doch nochmal was abschließend glückliches hatte. Ich fand, das Ende hier hat sich auch gelohnt, dass man nochmal alles neu spielt, sage ich mal. Also, dass man nochmal spielt, quasi diese ganzen Sachen nochmal macht, die ganzen Rätsel löst nochmal. Es hat sich sehr gelohnt. Das ganze Spiel hat sich gelohnt zu spielen, einfach sich die Zeit zu nehmen. Ich weiß, es war ein langes Let's Play, ich weiß, ich habe an manchen Stellen wirklich ein Brett vom Kopf gehabt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zugucken. Ich fand dieses Spiel bisher das Beste. Also, Sandman war das am schwächsten, sage ich. Die haben mir alle gefallen, ja. Aber ich fand Sandman so gesehen am schlechtesten, dann auf jeden Fall The Crooked Man und dann The Boogeyman. ich fand das Spiel echt gut und auch wenn jetzt quasi nicht mehr, ja, es heißt jetzt die Strange Man Serie und, ähm, es war jetzt natürlich nicht der echte Boogeyman am Ende, aber ich fand es okay, weil ich finde halt, wie baut man denn was ein? Der Boogeyman ist ja Monster quasi im Kleiderschrank, das Kinder erstreckt. Wie will man das jetzt einbauen, wenn man mal sowas haben wollte? Und ich fand es halt jetzt auch gut, quasi nochmal was anderes zu haben, quasi, dass wir jetzt da den Keith als Detective gespielt haben und uns quasi mit diesen, äh, mit dem, ja, Psychopathen, weil normal ist es ja nicht, dass man das macht, mit dem, wie wir halt rausgefunden haben, mit dem Brandon oder dem Boogeyman, uns quasi so ein Wettrennen geliefert haben. Ich meine, mir war klar, dass es ein Mensch ist. Was heißt klar jetzt nicht, aber ich war mir eigentlich zu 98% sicher, dass es ein Mensch ist. Aber wie es gemacht war, hat mir sehr gut gefallen und auch eben, wie alles aufgesetzt war und wie gesagt, die Rätsel sehr gut, die ganze Story sehr gut, dass man die Charaktere nochmal genau kennengelernt hat, Sophie und David auch nochmal ein bisschen, was heißt kennengelernt, ja, aber nochmal, auch nochmal andere Charakterseiten, Charakterseiten, ja. Das war sehr gut gemacht und, äh, ich muss sagen, das Spiel war an manchen Stellen einfach emotional so reinhauend, das können nicht sehr viele Spiele, sage ich mal, also zumindest mich so leicht beeindrucken können, nicht sehr viele Spiele, das heißt leicht beeindrucken, ich bin nicht leicht beeindrucken und, dass ein Spiel so schafft, das ist selten, sage ich mal, deswegen hat mir dieses Spiel einfach so gefallen, weil ich mich da auch wirklich gut reinversetzen konnte, vielleicht lag es am Voice-Acting, klar, sehr schönes Spiel, es hat mir sehr gut gefallen, ja, und bevor ich mich jetzt hier verquatsche, würde ich einfach sagen, schreibt es eure Mannen zum Spiel irgendwo in die Kommentare oder so, schreibt es eure Mannen mit dem Let's Play, mir hat es sehr Spaß gemacht, ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß beim Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play von welchem Spiel, auch immer, ich danke fürs Zusehen und bis dann, tschüss! 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 Tschüss!